Ein Frontalzusammenstoß endete am Montagabend im Palting für zwei Oberösterreicher tödlich. Ein 19-Jähriger war mit seinem Pritschenwagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 34-jähriger Beifahrer erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die beiden Schwerfahrzeuge waren auf der Matzeer Landesstraße, wenige Kilometer jenseits der Salzburger Landesgrenze, mit großer Wucht zusammengeprallt. Der kleinere der beiden Lkw wurde zusammengeschoben und alle drei Männer im Führerhaus eingeklemmt. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.